ja die jahre leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren folge pvz zusammen mit markus hallo und wie schon seht ich suche mir hier die klasse aus mit der ich noch am wenigsten mission von level 15 geschafft habe und zwar ist es der holster die heutige folge gewidmet man sich mal voll und ganz dazu missionen zu erledigen ja mehrere pflanzen mit tackling sprints erledigen ist eine scheiß mission die überspringen gleich mal aber wichtig ist ein bisschen sonnenblumen wichtig ist töten und schüsse abfeuern sind alles missionen die man gut erledigen kann und ich würde sagen damit wir auch richtig schön viele schüsse abfeuern nehmen wir den golf star und weil wir ja gerade eben dabei sind so ein bisschen uns quasi auf die gold setz hoch zu arbeiten und zu bankings zu machen spielen wir heute mal richtig schön funkel die funkel diamant mit einer goldenen waffe würde ich sagen und damit geht's in den kampf so ich muss wichtskicks einsetzen und sonnenblumen mit wichtskicks killen und schießen alles sachen die nebenbei passieren ha 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 schnapper trolling 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 nein ich bin inzwischen ist schnapper kraut gibt was zu stellen naja ich bin reingehüpft zählt auch als zerstören ich hab schon ich glaube nicht weil bei wenn du bei mir läuft es ist es so ist es ist ja ein ernein aber da gibt es auch Punkte für bei stachelkraut glaube ich wirklich nur wenn es verschießt aber ich habe keinen wachschenswert vom selben gegessen hat kein wachschensort mehr ist auch cool ich falle aber wenn ich über jetzt habe ich wieder nach dem sound okay interessant na ja auch so ne fahrsche alter toll perfekt dem schnapper ins maul gesprungen würde ich so sagen auch starke traurig wo ich musste stören aber schon die sind mit ihr hergerollt naja die Spuren dann ist das alles rechts irgendwie ist rechts auf der Teleporter zufällig deshalb wundert mich nicht warum die alle rechts sind hat er davon innen ohne geworfen ja klar sicherlich naja der taucht wieder unter dem anderen durch nur mich zu fressen ok scheinbar schmeckt nur allstars besser ja machen sie auch wurde bisher nur von schnappern gekillt nicht bis auf eine Bohne glaube ich auch ja stimmt eine Bohne sonst wurde ich nur scheiß schnappern gekillt geht mir aus ohne ausgewiesen da ist wieder ne ohne den noch ey schnappern auf ich gehe gleich wieder getötet von Schnappern ja was denn sonst ja ich würde auch schon wieder vom Schnapper gefressen wollten wir alle aber die haben auch voll die Schnapperarmee und keiner von uns selbst in Teleporter nach oben ja es geht ja nicht diese 100 Millionen Schnapper da drin du tötest 200 komm ich den nächsten 5 sollte die Verstärkung geben da drin ja bitte kann immer wenn ich nicht die Garten zu pushen und da habe ich auch keine keine Chance drinnen habe ich noch ein paar Minuten aber in der Schnapper allerdings mal bitte die schnappern noch nicht als eine Teleporter mal wenn wir dich irgendwas killt jetzt steht er wunderbar dann hat er mein Tod zumindest irgendwas gebracht ja gibt's noch? ok so die Sache mit dem möglichst viele Kugeln schießen habe ich jetzt schon erledigt warum will der Schnapper wieder mich und warum konnte ich jetzt schon wieder kein so ein Ding aufstellen ich wollte hinter mir so ein Schild stellen um den Schaffer zu bremsen aber irgendwie wollte er kein Schild stellen wir haben nur noch eine Minute so langsam wenn man ein Zombie pusht so vonnöten ja ja viele Kommando Erbsen die auch haben auch so diese Schnellfeuer purkombi irgendwie richtig mies schnapper im Nachkampf und Kommando Erbsen für alles andere aber Sonnenblumen haben sie ja irgendwie gar keine einzige ne ja ja na und wieder tot schön dass ich reingelaufen bin ich bin drin angekommen und war einfach tot direkt wieder ja geil ja Leute viele Missionen haben wir nicht geschafft eine haben wir abgeschlossen und haben zwar den Spieltag war aber auch krass muss ich sagen also die Gegner sind auch echt gut Verhältnis technisch zu unseren Leuten immer das mal verkeilt ja ok Markus mit der Serie ich mit den meisten Kills wir haben hier schon viel erreicht aber unsere besten die Leute sind ich sage beste Abschuss Serie 4 ja 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 16 Kills sind ok ich habe eine 2er KD über 1000 Münzen pro Minute nicht so schlecht gespielt ist es nicht gewesen aber naja die Gide war einfach besser so zu sagen ja und mehr ja und mehr die waren nicht wirklich besser aber schau mal an du hast 11 Kills gemacht ich habe 16 Kills gemacht der nächste hat 10 gemacht die haben gerade mal einen der mehr als 10 Kills hat ja die waren halt einfach mehr ich glaube das war's na Leute ich würde sagen ihr kriegt noch so ein hübsches Glitzerpäckchen damit wir in der nächsten Runde auch wieder schön vergoldet in den Kampf ziehen können oder Diamanten oder ähnliches ja diesmal ein Waschbär-Super-Diamant-Mütze und bis dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal Servus und Ciao Tschüss